Hallo, hier ist die Gartenmoni. Ich wollte euch nur meinen Kaktus zeigen, den Blattkaktus, Bauernkaktus. Der ist jetzt verblüht, so schaut er halt jetzt aus. Und so groß ist er auch. Ich werde den die nächsten Tage jetzt umpflanzen und ja, vielleicht ein bisschen was kürzen oder auch nicht. Ich weiß nicht, weil den kann man ja auch stehen lassen, dann hängt er mit der Zeit. Ich weiß nicht, das macht auf jeden Fall umköpfen und ich wollte euch bloß zeigen, wie er jetzt ausschaut. Schade, dass die nicht so arg lang blühen. Also sie blühen schon, aber ich habe ihn ja im Wintergarten gehabt und da ist dann tagsüber auch ein Zimmer recht warm gewesen. Ich wollte ihn nicht rumtragen, naja, aber ich habe trotzdem mal Freude dran gehabt. Ich mache so was. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonnieren meinen Kanal, aktiviert die Glocke und könnt einmal oben rechts auf den Link klicken. Bis bald. Tschüss, eure Gartenmoni. So schade. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017